Servus und herzlich willkommen zum Solti Trailrunning Podcast, liebe Anna. Servus. Hello, schön, dass du da bist. Hast gerade schon mitgedanced zum coolen Intro. Ja, voll. Das taugt mir sehr. Sehr gut. Genau, wir sind heute auf der Alm oben im Hochgerngebiet. Sind schon gemütlich hochgewandert. Wetter hat gehalten. Stefan heute früh hat schon eingeregnet, aber uns glaube ich nicht, gell? Nee, getröpfelt hat es mal. Ja, und wir hatten, glaube ich, beide Zusatzgewicht zu tragen, ne? Genau. Mein Bauch, der immer größer wird und du ganz schön viel Podcast-Ausstattung. Dich hat es quasi in den Berg hochgetrieben und mich wieder nach unten gezogen, ja? Stimmt. Ja, stimmt, ja. Genau, aber es war cool. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen quatschen können. War, glaube ich, ganz gut, dass wir uns vorhin ein bisschen eingegroovt haben. Wir hatten auch gerade schon gute Brotzeit, muss man auch dazu sagen. Was ja auch so in der Alm eigentlich immer gut dazugehört, was immer ganz spannend ist. Total. Und was jetzt ein bisschen eher außergewöhnlich für einen Podcast ist. Also, dass man halt zum einen erstmal schon so viel Zeit im Vorhinein zusammen verbringt und dann halt irgendwie voll gemütlich auf der Alm sitzt. Ja, hat was. Ja, da auch vielen Dank für deine Zeit, gell? Also, das ist auch, glaube ich, nicht selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, danke für diese geile Location. Ja, gerne. Vielleicht auch für alle Zuhörer im Hintergrund. Wir haben den Stefan noch mit dabei, ist quasi unser Hüttenwirt. War halt schon um halb vier in der Früh oben und hat fleißig eingeheizt, damit wir es hier schön warm haben. Weil ansonsten wäre es hier schon noch relativ zapfig. Genau, wir haben jetzt Ende April und wäre schon noch frisch geworden sonst. Voll. Also, Ende April kann zwar auch theoretisch warm sein, aber zurzeit, ja, es ist ja eher durch Regen gekennzeichnet. Das stimmt, genau. Der April im King Baum. Das stimmt. Anna, ich weiß nicht, ob dich alle kennen. Deswegen würden wir auf alle Fälle ein kurzes Intro machen. Ich würde dir jetzt mal was vorlesen. Und du darfst dann sagen, ob das so stimmt und ob das zutrifft und gerne auch ergänzen. Und du darfst auch raten, wo ich das habe, was ich dir vorlese. Also, ich fange mal an. Anna Harner ist eine deutsche Langstreckenläuferin, die am 15. Dezember 1989 in Hanau geboren wurde. Zusammen mit ihrer Zwillingsfrestler Lisa Harner ist sie eine der bekanntesten deutschen Läuferinnen. Anna Harner begann ihre Karriere als Leichtathletin im Alter von zwölf Jahren und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Mittel- und Langstreckenläufe. Sie gewann zahlreiche regionale und nationale Meisterschaften und nahm an internationalen Wettkämpfen wie den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teil. Im Jahr 2014 erzielte Anna Harner ihren größten Erfolg, als sie den Frankfurt-Marathon in einer Zeit von 2 Stunden, 28 und 59 Stunden gewann. Dieser Sieg brachte ihr auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro ein. Und jetzt kommt der Lieblingspart, der beste Part. Anna Harner und ihre Schwester Lisa sind auf ihre besondere Laufbekleidung bekannt, die aus kurzen Hosen und baufreien Tops besteht. Steht da in der Tat. Was glaubst du, wo das her ist? Oh, wow. Also, es klingt irgendwie nach einem Aufsatz von einer Zwölfjährigen, die bunt gemischt recherchiert hat im Internet. Also, es sind viele grobe Fehler drin. Also, halt Geburtsdatum, Geburtsort, Alter, wo ich zur Leichtathletik gekommen bin. Ähm, die Zeit, äh, die Marathonzeit stimmt nicht, der Ort stimmt nicht. Ähm, also, aber der Name ist richtig. Ja, okay. Also, so ein bisschen finde ich mich wieder. Also, es sind Parallelen, ähm, aber doch auch viele Dinge, wo ich, also zumindest meiner Erinnerung nach, anders waren in meinem Lebenslauf. Okay, dann vertrauen wir deine Erinnerung. Ich bin auch froh, dass ich es nicht geschrieben habe. Ähm, ist in der Tat von einer künstlichen Intelligenz, die ich gefragt habe, wer ist denn Anna Hanna? Ach, das beruhigt mich gerade. Also, zur Zeit läuft mir, äh, äh, KI, also, ist sehr oft über den Weg. Ich war jetzt am Freitag auf einem Vortrag von Frank Thelen, ähm, der sich halt krass damit beschäftigt und so. Und der halt auch gesagt hat, so, äh, so ein bisschen, ähm, skizziert hat, wie die Zukunft aussehen wird. Und ich dachte so, wow, irgendwie auch ein bisschen beängstigend. Also, ähm, er meint halt, dass es, also, dass es halt super dominant wird und so. Und man halt nur mit der neuen Technologie halt, äh, leben kann. Ähm, ich spüre eher gerade auch so ein bisschen eine Rückbesinnung auf die Natur. Und der Trend gefällt mir deutlich besser. Ja. Und deswegen, das, äh, das stimmt nicht positiv, dass sie doch noch nicht so. Also, entscheidend, ähm, ja, ich habe letztens auch, Entschuldigung, ähm, eine Folge beim Lanz gesehen. Und da ging es auch um künstliche Intelligenz und wo sie uns noch hinführen wird. Aber wenn da grobe Fehler drin sind, dann sind wir mal beruhigt, dass es dann doch nicht so tragisch sein wird. Aber ich glaube, das ist aber echt, äh, gar nicht so, ähm, ja, also schon tricky. Ich glaube, wenn, äh, mir das dann halt in den nächsten fünf Interviews auch jemand vorliest, irgendwann fang ich dann an zu zweifeln. So, ich dachte, ich bin in Hünfeld geboren, bin ich doch in Hünfeld geboren. Also, ich glaube, wenn man das dann halt ständig hört, irgendwann weiß man ja selbst nicht mehr die Erinnerung, äh, also, was es jetzt wirklich war. Vertrau dir da ruhig. Genau, ähm, wir kennen uns schon, wir haben vor einem Jahr schon mal kennengelernt, Anna. Und zwar eigentlich fast vor einem Jahr. Nicht auf den Tag genau, aber ziemlich genau. Ziemlich genau, genau. Und es war auch beim Kim God Trail Run, beim Camp, wo du quasi, ähm, einen Vortrag gehalten hast. Und dann auch noch beim Abendessen mit dabei warst. Und da auch schon von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen als sehr, sehr, sehr authentisch gelobt wurdest. Ähm, was ich auch nur so zurückgeben kann. Und du hattest auch einen sehr spannenden Vortrag. Ich glaube, was mir am meisten hängen geblieben ist von dem Vortrag, ich weiß es nicht mehr im Detail, waren aber die Storys aus dem Olympischen Dorf. Weil du die da auch relativ offen quasi erzählt hast. Ähm, was auch zu deiner Art einfach dazu passt, dass du relativ offen, entspannt und authentisch bist. Was sehr, sehr angenehm ist. Danke. Ähm, bist du noch vortragstechnisch? Momentan vielleicht nicht, aber generell noch unterwegs, oder? Ja, also tatsächlich, ich hatte erst, ähm, jetzt vor kurzem Vortrag, war ein Online-Vortrag, wo ich nicht anreisen musste, ähm, und aber, ähm, hab auch, ähm, jetzt im September wieder einen Vortrag für BMW vor Ort, ähm, wo ich dann halt nicht mehr alleine bin, sondern dann halt ein Baby dabei ist, ähm, aber, ähm, ja, das macht mir halt total viel Spaß, ähm, weil es halt erst mal anders ist als, äh, es laufen. Also beim Laufen schalte ich halt den Kopf komplett aus, und beim Vortrag ist der halt total aktiv und präsent, und man geht halt in Interaktion mit den anderen Menschen und, ähm, auch sich dann immer auf ein unterschiedliches Publikum einzustellen, das finde ich super spannend, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt vor Sportlern spricht, vor Läufern oder vor irgendwelchen, ja, äh, vor einem Unternehmen, ähm, die, wo vielleicht ein Teil Läufer sind, andere können gar nichts damit anfangen, ähm, oder ob Leute zu einem Vortrag gehen, weil sie halt mich sehen wollen, oder ob ich irgendwo hingehe, weil ich eingeladen bin und die Leute wissen eigentlich gar nicht, was sie erwartet. Und ja, das macht mir total viel Spaß und das, äh, das möchte ich auch nicht missen. Wissen die Leute, oder was ist dein Eindruck, oder holst du dir da Feedback ein, wie viele Leute wissen, wer du bist oder was du machst, oder kommt wahrscheinlich darauf an, ob bei BMW oder in einem Trailrunning-Camp oder so? Ja, total unterschiedlich, würde ich sagen. Und, ähm, das, äh, finde ich auch spannend, also, weil es ist halt ja auch ein Riesenvorteil, wenn halt, äh, wenn die Leute noch kein Bild von einem haben, äh, und, äh, die kriegen einen dann halt so mit. Ähm, andere begleiten halt irgendwie meine Laufbahn schon seit Jahren, waren halt irgendwie auch immer so, halt, ähm, total dabei, ähm, wo ich im Straßenlauf war und kenne eigentlich meine ganze Geschichte oder meine ganze Entwicklung. Und, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, da ist, äh, beides anzutreffen. Ich glaube, viele kennen dich auch, bringen dich mehr mit Straßenlaufen noch in Verbindung, weil du natürlich auch länger im Straßenlaufen unterwegs warst. Wir hatten jetzt am Wochenende auch erst wieder das Camp und wir auch drüber gesprochen, dass du quasi heute, heute unser Gast bist und dann meinten, ach, er ist doch die Marathonläuferin. Genau. Ja, ist ja zeitlich gesehen auch noch, äh, definitiv habe ich mehr Jahre auf der Straße verbracht. Als in den Bergen, ja. Aber jetzt viele in den Bergen. Aber es fängt ja an, also irgendwann wird's schon. Ja, 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 nee, definitiv. Und wir hatten beim Raufgehen auch drüber gesprochen, wie gut es eigentlich tut, irgendwie in den Bergen zu sein und die frische Luft zu genießen und dass auch die frische Luft irgendwie nochmal ein bisschen deutlich frischer ist, wenn nicht so gutes Wetter ist. Ähm, welche Aspekte hast du da irgendwie noch mit drin, die du sagst, was den Unterschied macht für dich persönlich zwischen, ich laufe auf der Straße oder ich laufe auf einem, ich sag mal, auf einem Trail und dann vielleicht auch auf einem Trail in den Bergen, weil Trail laufen ja, sag ich mal, nicht zwingend immer in den Bergen stattfinden muss. Ja, ich würde schon sagen, dass es aber die Berge sind, die mich halt so krass anziehen. Also für mich, also das ist halt Bergesinn, halt Freiheit und auch halt die Mächtigkeit, gibt's das Wort? Keine Ahnung von den Bergen. Ich glaub, kann man so sagen. Und weil's halt auch so ein schönes Bild ist. Also ich hab das beim Thomas Huber im Buch gelesen, der beschreibt das halt so, dass es, oder das als Sinnbild fürs Leben, dass du ja auch nur die Größe der Berge halt erkennst, wenn du halt unten im Tal bist. Also wenn du halt die ganze Zeit oben bist, verlierst du dann irgendwann die Relation. Oder wenn's ein Hochplateau ist, dann hast du ja gar kein Gefühl mehr, wie weit oben du eigentlich bist. Und ich glaub, genauso ist es eben auch im Leben, dass man braucht diese Täler, wo es halt auch mal nicht gut läuft, um dann halt, zum einen macht's ja extrem Spaß zu sehen, dass man immer höher kommt und das dann auch wert zu schätzen und aber auch zu wissen, okay, das ist halt jetzt ein Moment, den ich genieße und der geht auch wieder vorbei, aber er kommt dann halt auch wieder. Und ja, das ist für mich halt so insgesamt das Trail laufen oder in den Bergen zu sein. Nein, das ist halt irgendwie wie das Leben selbst. Das heißt, du verbindest Trail laufen, also ich meine, du wohnst auch im Chiemgau. Das heißt, du verbindest Trail laufen schon auch mit Bergen. Total, ja. Ich glaub, es könnte sein, dass es was anderes gewesen wäre, wenn ich halt nicht so klassisch von der Straße komme. Aber da habe ich das Gefühl, dass ich das halt schon kenne, also dieses ganz fokussierte, leistungsorientierte Straßenlaufen, wo man halt echt im Tunnel ist und halt selbst bei einem Dauerlauf, wo dann halt irgendwie, ja, man immer darauf achtet, dass man halt perfekte Trainingsbedingungen hat und ja, dann halt egal, also nicht viel umherreißt und wenn man halt irgendwo ist, dann halt immer als erstes checkt, wie sind die Laufbedingungen, kann ich da gut laufen? Und ja, und das halt, sich von diesem Ganzen halt zu lösen. Und ja, dadurch, dass ich halt eh am liebsten in den Bergen unterwegs bin, finde ich da halt immer was, wo ich dann halt laufen kann. Und halt auch, wenn es dann mal nicht so ist, also dann ist es halt eine andere Herausforderung. Aber da ist es halt auch vom Kopf frei zu machen. Und ja, deswegen ist es auch in den Bergen. Das andere, also Trailaufen halt auf Trails nicht in den Bergen, ist halt so dann eher so, also kommt dem Straßenlauf gefühlt dann für mich zu nah. Ja, da waren jetzt glaube ich viele Themen drin, auf die wir mal im Prinzip vereinen, aber das finde ich gut. Gut, da können wir mal im Detail ein bisschen reingehen. Weil wir überlegen uns auch oft, auch bei unseren, sage ich mal, How-to-Trail-Workshops und auch bei unseren Camps, was gibt man denn den Leuten so ein bisschen mit? Und was ist denn überhaupt Trailrunning? Und wenn man es bei Wikipedia sucht, ist es laut Definition, glaube ich, alles abseits von befestigten Wegen, was ja tendenziell auch im Flachen stattfinden kann. Für uns ist es aber definitiv auch in Verbindung mit, wir haben es mal nicht zwingend mit Bergen definiert, sondern mit Höhenmetern, die dann zwangsweise in den Bergen stattfinden. Aber es müssen nicht immer die Alpen sein, können auch Mittelgebirge oder alles sein. Oder es gibt auch coole Trails, wenn ich nur 70 Höhenmeter habe oder so. Aber es ist, glaube ich, definitiv dieses Freiheitsgefühl und auch dieser Hoch-Runter-Laufen. Also ich war auch ein paar Mal schon in Berlin, bin dann durch den Berliner Stadtpark gelaufen. Da gibt es auch Trails, wenn man sie so definieren möchte, ja, so kleine Trampelpfade. Aber da kommt dieses Gefühl, das du gerade so ein bisschen beschreibst, bei mir zumindest einfach nicht so auf. Es gibt in Berlin, glaube ich, auch eine relativ große Trail-Community mittlerweile. Es gibt ein Trail-Festival jetzt, glaube ich, relativ bald. Ja. Aber dieses Gefühl, was du beschreibst von Freiheit, eben mal nach oben auf den Gipfel, aber auch wieder runter, auch dieser Weitblick, den man da oben mal hat und dieser Wind, der da oben geht, beschreibt für uns nochmal deutlich mehr dieses Gefühl, was man mit Trail-Running assoziieren kann. Und weil du gesagt hast, Alex Huber, ich weiß nicht, ob es ein Buch war oder irgendein Vortrag, hat er auch gesagt, eine von den 13 ist ja mal geklettert. Ja. Und dann hat er auch gesagt, das ist mega cool, da oben zu stehen, aber ihr wisst schon, dass ich wieder runter muss. Also, man kann ja nicht da oben bleiben. Ja, deswegen, wie du sagst, es ist schon wichtig, auch immer wieder runter zu kommen und dann auch wieder nach oben zu kommen. Voll. Ja. Und das, was du sagst mit halt, also Lisa, meine Zwillingsschwester, wohnt ja in Berlin. Und also im Krunewal gibt es tatsächlich auch halt mit, also ich sage mal, wellige Trails, was halt auch Bock macht. Und für mich ist es aber Trail-Laufen, da haben wir auch am Weg hier hoch drüber gesprochen, halt auch, das ist halt ja dann nicht immer nur, also, dass die meisten Strecken man nicht durchläuft oder auch nicht durchlaufen kann. Und ja, ich mag das, wenn es halt extremst technisch auch wird und dann halt auch irgendwie Kraxel-Abschnitte dabei sind, was ja halt dann, okay, das ist kein Laufen, aber das ist für mich halt dieses Trail-Running, sich in den Bergen fortzubewegen. und ja, auch das, und das ist halt zum Straßenlauf ja undenkbar, also sobald du da halt mal nicht mehr läufst, dann, also, es wird halt durchgelaufen. Und das ist halt, glaube ich, auch, und das geht halt natürlich dann nur, wenn du halt entsprechende Höhenmeter hast oder auch in den Bergen unterwegs bist. Ansonsten gibt es das Terrain ja gar nicht her, dass du dann halt mal Speed-Higgen musst oder Kraxeln musst. Ja, und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele hatten wir auch am Wochenende beim Camp und wir hatten sogar zwei Teilnehmerinnen dabei, die bei euch auch im Coaching sind. Ja, genau. Und die waren dann auch teilweise total überrascht, dass man da auch wandern kann oder dass man einfach gehen kann und nicht irgendwie laufen muss. Ja, ich meine, du läufst auch sehr, sehr lange Distanzen, da wirst du auch nicht alles komplett durchpacen. Ja, also, und du hast auch gesagt, du trainierst ohne Trainingsplan, seitdem du im Trail-Running bist, eben auch wegen diesem Freiheitsgefühl einfach. Ja, und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Trail-Running so, es ist ein Ausdauersport, sag ich mal, wie wir vorhin schon gesprochen haben, es ist einfach auch ein Lifestyle. Es ist einfach viel, viel mehr als Laufen und Geschwindigkeit und extremer Ausdauer. Es ist Community, Freiheit. Ich glaube, Freiheit fällt bei sehr, sehr vielen Leuten, wenn man fragt, was ist denn Trail-Running, würde ich sagen, die meisten im ersten Moment immer Freiheit. Weil man eben auch frei ist in seinen, ich sag mal, Entscheidungen. Ich kann wandern, ich kann stehen bleiben, die Aussicht genießen, ich kann laufen, ich kann eigentlich alles machen. Das heißt, man schränkt sich relativ wenig ein. Und das ist, glaube ich, das relativ Spannende daran. Voll. Und ich glaube, man verbringt halt einfach unheimlich gern Zeit draußen und halt in der Natur und dieses Einssein mit der Natur und auch achtsam mit der Natur umgehen. Also das ist ja beim Trail-Laufen, das ist halt, man die Gels, die man mitnimmt, mit der Startnummer beschriften muss, damit halt, also weil es halt, aber es wird kein Trail-Läufer ein Gel halt einfach nehmen und dann halt einfach wegwerfen. Der sammelt es ja auf, wenn es wieder anders liegen lassen hat. Total, genau. Und halt beim Straßenlauf ist es natürlich, also da geht es ja um, da geht es um zehntel Sekunden. Also da lässt man halt keine Zeit irgendwie auf der Straße liegen. Und natürlich dann, also im Medelite-Bereich sowieso, also kriegt man die Flasche gereicht, trinkt und dann wirkt man es halt an den Straßenrand. Und natürlich ist es halt auf der Straße, da freuen sich dann eher die Zuschauer, dass sie halt sich so eine Flasche mitnehmen können. Ist das so? Ja. Echt? Ja, ja. Und aber halt auch die hinteren Läufer, wo dann halt, das ist jetzt ja schon ein bisschen umdenken, dass nicht überall diese Plastikbecher mehr sind. Aber sowas funktioniert natürlich auf den Trails nicht, weil du kommst mit dem Müll gar nicht zurecht. Und das ist aber der Riesenvorteil, dass dann auch nicht so viel Müll produziert wird. Das stimmt. Und du hast auch weniger Zuschauer, bei manchen Stellen. Meistens. Genau. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil du jetzt auch sagst, mit Wegschmeißen oder irgendwie die Achtsamkeiten der Natur. Hast du dir da im Straßenlauf Gedanken drüber gemacht, als du quasi deine Flaschen dann irgendwie weggeschmissen hast? Oder war das einfach, hat halt dazugehört und du warst so im Fokus? Ja, 0,0 Gedanken gemacht. Also vielleicht auch, weil es halt klar ist, dass die halt da nicht liegen bleiben. Also ich meine, wenn man Berlin läuft, da findet man keine fünf Meter, wo kein Zuschauer steht. Also da werden die Flaschen halt sofort aufgesammelt. Ja, aber auch, ich erinnere mich auch, wo dann halt darüber diskutiert wurde, ob insgesamt halt bei den Verpflegungsstellen keine Plastikbecher mehr zur Verfügung stehen, sondern jeder Läufer. Und also auch selbst, wenn ich halt eine Trinkflasche immer gereicht bekomme als Elite-Läufer, ist es manchmal, es kann passieren, dass man die Flasche verpasst. Und dann bin ich natürlich froh, wenn es dann halt die öffentlichen, sage ich mal, Trinkstationen gibt, wo man sich dann halt einfach einen Becher nimmt und dann halt trinkt. Und dann hieß es halt, ja, die gibt es nicht mehr. Es gibt halt nur noch diese Nachfüll, diese Becher, die jeder mit sich trägt. Und dann holt man sich Wasser. Du meinst diese kleinen Faltbecher quasi, die es diesen Trail mittlerweile genauso gibt. Genau so. Und es war halt aber so, die ganzen Elite-Läufer so, das geht doch nicht. Also ich kann doch nicht, also das kostet mich ja mit Sicherheit fünf Sekunden so, also halt so eine ganz andere Denkweise. Woran liegt das? Woran glaubst du, liegt es, dass die Denkweise da so, also wir wollen jetzt nicht den Straßenlauf schlecht reden. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich liebe den Straßenlauf. Genau, absolut. Ich laufe auch auf Straße und Taternbahn und sowas. Aber woran glaubst du, liegt es, dass da so diese, ich sag mal, diese fünf Sekunden eigener Trinkbecher und so, dass das da dann irgendwie in bestimmten ambitionierten Bereichen dann doch so irgendwie vielleicht auch kritisch beäugelt wird? Wahrscheinlich, weil halt alles auf die Zeit ausgerichtet ist, um es halt auf der Straße fünf Sekunden wieder aufzulaufen. Also was ganz anderes sind als halt im Trail. Da ist es halt durch die, einfach durch die technischen Herausforderungen, durch den Downhill und alles. Also das ist fünf Sekunden ja nichts. Also da passiert es ja auch, dass man halt irgendwie zusammen mit einem Läufer halt, ich weiß noch, beim letzten, letztes Jahr beim Kim Gau Trail Run war ich dann am Gipfel vom Hochgern noch auf Platz zwei und dann, wo wir dann vom Downhill unten waren, hatte ich dann, ich glaube, 18 Minuten Vorsprung oder so. Also man kann halt im Downhill so viel rauslaufen und das ist halt auf der Straße nicht möglich. Und ich meine auch durch meine Geschichte, ich bin 2012 beim Düsseldorf Marathon wo ich die Olympia-Norm laufen wollte um 14 Sekunden an der Norm vorbeigeschreibt und das sind halt drei Zehntel pro Kilometer. Und natürlich würde man dann halt nie freiwillig irgendwie fünf Sekunden irgendwo liegen lassen. Ja, ich glaube deswegen, da ist der Fokus halt einfach ein ganz anderer und muss ja auch sein, weil das ist aus meiner Sicht das, was den Straßenlauf ausmacht. Eben diese zum einen Präzision. Ich finde es, also es ist ja ultra spannend, wie man es schafft hat, einfach jeden Kilometer genau exakt in der gleichen Geschwindigkeit zu laufen und auch die Faszination von der Geschwindigkeit, wie schnell ein menschliches Wesen sich halt einfach fortbewegen kann. Also die, also fliegen ja über die Straße. Man schaut, ich meine, wenn man Marathon, jetzt, keine Ahnung, die Männer, jetzt ist in London ja fast der Weltrekord wieder geknackt worden. der fliegt mehr, als dass der Bodenkontaktseiden hat. Da komme ich mit dem Fahrrad nicht hinterher. Ja, das ist echt, also da musst du, im Stadtverkehr hast du da keine Chance mit dem Auto. Ja, ja, und das ist echt, wir unterhalten uns da bei uns bei Soldi auch echt oft drüber, so, also, weil wahrscheinlich auch die, die Konsequenz daraus, ob du jetzt diese 5 Sekunden oder wie bei dir die 14 Sekunden, ob du die schaffst oder nicht schaffst, hat halt auch andere Konsequenzen, wie wenn du jetzt einfach sagst, naja, ist wurscht, bleibe ich nochmal stehen, schau nochmal irgendwie 5 Minuten auf den Berg. Die Konsequenz daraus ist halt einfach eine andere. Deswegen ist es einfach da wahrscheinlich auch noch deutlich ambitionierter. Und da ist natürlich schon die Frage, wie das im Trailrunning, wird ja auch alles professioneller, ja, wo sich das dann irgendwann hin entwickeln wird. Stefan kommt aus dem, aus dem Snowboarden, ja, das, da ist sowas undenkbar, ja, da geht es viel mehr um Style, um Lifestyle anstatt um Ambition und sag ich mal, ja, hat sich dann durch die FIS auch ein bisschen verändert. Aber was glaubst du, wo sich das hin entwickelt? Weil natürlich viel auch vielleicht von Sponsorengeldern abhängt. Man hat jetzt mit Hannes und von Dimitri in Südafrika gesehen, dass sie Hand in Hand ins Ziel gelaufen sind, was ja eigentlich für uns, aus unserer Sicht zumindest den Sport ausmacht, was ja für Trailrunning steht, was sich aber vielleicht irgendwann ändern wird, wenn der Erste halt deutlich mehr Geld bekommt wie der Zweite, der Erste sich qualifiziert für irgendwas, der Zweite dann nicht mehr. Das heißt, da wird das Battle natürlich auch viel, viel größer. Was glaubst du, in welche Richtung das irgendwie sich so entwickeln könnte? Ja, also ich glaube, das ist, also Fluch und Segen zugleich. Also natürlich ist halt, je mehr Aufmerksamkeit auf den Sport kommt, desto mehr Geld kommt rein. Und aber da, umso professioneller wird es natürlich, desto interessanter wird es für Sponsoren. Natürlich haben die dann auch irgendwelche Forderungen, auch wie das Ganze, ja, auch, dass man halt Wettkämpfe dann nicht mehr aussucht, weil man denkt so, boah, das ist ein krasses Rennen, das flasht mich total, das möchte ich unbedingt laufen, die Herausforderung, sondern dass man dann halt schaut, welches Rennen kann ich laufen, um mich für einen Antritt zu qualifizieren. Das verändert halt komplett die Sichtweise und alles hat seine Berechtigung. Also gleichzeitig ist es ja auch cool, dass der Trail auf sich so entwickelt. Und ich persönlich merke aber, dass es mich halt, also das, was mich am Trail laufen halt so kickt, ist halt das Gefühl halt einfach, ja, Herausforderung zu meistern und halt geile Wettkämpfe zu machen und, ja, diese Freiheit zu spüren, die Community zu spüren, was halt super schön ist. Und also, das weiß ich, dass ich mir das nicht kaputt machen lassen werde, auch, ja, dieses Miteinander. Also, ja, also, das ist, es ist natürlich, je mehr Geld irgendwie im Spiel ist, desto schwieriger ist es dann halt auch einfach, sich verständlicherweise dann halt auch, mit jemandem anderen zu freuen und halt, sondern dann ist halt viel mehr, also, so Konkurrenz in dem Sinne da. Ja, das ist spannend, wie das Trail Running den Weg da jetzt findet. Ich glaube auch, und ich habe letztens, in dem Kindergarten von meiner Tochter, von der Anna, da spielen auch ein paar Jungs in dem Baseball und die waren jetzt letztens auf einem Camp, auf einem Baseballcamp in Italien. Und, der eine Junge hat zuerst, war zuerst im Fußball und da meinte der Papa zu mir, ja, das ist voll krass, also, da gibt es irgendwie voll viele Eltern, die da am Spielfeld dran stehen und voll dahinter sind und hier und da und irgendwie voll, also voll ambitioniert. Und beim Baseball in dem Camp war das halt so, dass sogar, wo sie in Italien waren, die gegnerischen italienischen Mütter und Väter, die die andere Mannschaft angefeuert haben und die Kids angefeuert haben. Cool. Und, deswegen finde ich das so interessant. Es gibt anscheinend bestimmte, also, ich habe auch 25 Jahre Fußball gespielt, ich will hier nichts irgendwie schlecht reden, aber es gibt anscheinend bestimmte Sportarten, wo, sage ich mal, dieses Miteinander ein bisschen mehr gelebt wird wie in anderen Sportarten. Und, ich glaube, Trailrunning ist definitiv eine Sportart. Man wird sehen, wo es sich hin entwickelt. Es wird bestimmt, auf der einen Seite, deutlich professioneller werden und ein bisschen mehr Ellbogen, aber auf der anderen Seite wird es auch definitiv mehr Community geben. vor allem für alle ist, für die breite Masse, sage ich mal, der Anteil an Läufern oder Läuferinnen, wo es wirklich um Sponsoren oder finanzielles Preisgeld ist, ist ja relativ gering. Deswegen ist es, ich finde es ein super spannendes Thema, wo sich das hin entwickeln wird und ich glaube, wir laufen auch Rennen. Du läufst auch Rennen, auf der anderen Seite wollen wir auch genauso gut den Freiheitsgedanken irgendwie uns beibehalten. Und ich finde, dieser Kontrast hat auch seinen Reiz. Also es ist beides cool. Und wie du sagst, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Du musst nur irgendwie versuchen, die Waage zu halten, glaube ich. Ja, und also ich finde, wenn man andere Sportarten schaut, also wie jetzt Triathlon oder so, das zeigt halt auch, dass es halt nicht unbedingt dann, also dass nur die, die halt wirklich um die Preisgelder mitlaufen, dann ja davon beeinflusst werden. Also das ist dann halt, das zieht sich dann halt schon durch. Also das sind dann die Galleonsfiguren und wenn es da halt dann halt, ja auch, also um Performance geht es jetzt ein bisschen falsch gesagt, weil es geht auch, ja auch wenn man halt, wenn es nicht so finanziell ist und so, geht es ja um Performance. Und gleichzeitig ist es halt aber auch die einzige Chance, dass halt dann auch Kinder, Jugendliche, die dann halt Trailläufer sehen, die halt als vom Traillaufen leben können. Und das ist halt natürlich was ganz anderes. Ich bin da auch halt in einer anderen Situation, also beim Straßenlauf war es auch, dass ich halt vom mit dem Straßenlauf gelebt habe. Jetzt habe ich mein eigenes Coaching, bin dadurch halt unabhängig und mache Traillaufen, weil es mir halt einfach so viel Spaß macht. Aber es ist nicht halt dieser finanzielle Druck, okay, wenn ich das nicht mache und den Wettkampf nicht laufe, dann ist mein Kühlschrank nicht gefüllt. Und deswegen ist es halt schon auch eine super Möglichkeit halt für Trailläufer ihr Hobby, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das funktioniert nur, wenn halt auch Geld in dem Sport ist. Ja, das stimmt. Also deswegen ist es, wie du gesagt hast, Fluch und Segen zu gleich. Und es hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Total, ja. Und ich finde es ein spannendes Thema, wenn man sehr kritisch drüber diskutieren kann. Deswegen ist es super cool. Jetzt hast du schon ein paar Vorlagen gegeben für weitere Themen. Ein Thema, weil du gesagt hast, für Kinder und Jugendliche. Und da wird auch das Thema Training bei mich mit reinspielen, weil du beziehungsweise ihr erwartet ja auch Nachwuchs. was sehr, sehr cool ist. Das stimmt. Genau. Und wie handhabst du das da? Man kann es auf Instagram so ein bisschen verfolgen. Du bist sehr, sehr fleißig, auch als wir hochgegangen sind. Also da war jetzt nichts mit gemütlich wandern. Also wir sind gemütlich gegangen, aber man kann es auch langsamer gehen. Deswegen, du bist einfach noch voll fit, oder? Ich höre extremst auf meinen Körper. Also ich mache nichts irgendwie gegen meinen Körper. Und ich merke auch, dass halt so mein Fokus sich verändert. Also der Fokus ist halt jetzt nicht mehr, dass ich das Ziel habe, irgendwie leistungsfähiger zu werden. Sondern ich merke schon, dass jetzt meine Aufgabe ist halt, ich bin eine werdende Mama jetzt in erster Linie. Aber für mich schließt es nicht aus, halt irgendwie trotzdem fit zu sein. Und halt Bewegung und Sport hilft mir halt einfach auch irgendwie ausbalanciert zu sein. Und ich glaube, das ist auch was, was dem Baby zugutekommt. Irgendwie je glücklicher die Frau ist, desto, also das spürt das Baby ja die ganze Zeit. Und natürlich kann ich halt auch ultra dankbar sein, dass ich das alles so noch machen kann in der Schwangerschaft. Also es gibt wahrscheinlich auch viele Frauen, die halt sagen, ja, ich hätte das auch gern mich weiterhin bewegt oder Sport gemacht. Aber es ging halt einfach nicht. Von daher ist es natürlich auch ein Geschenk, dass ich das halt aber weiterhin immer noch so machen kann. Ja, es ist schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, sehr, sehr individuell ist, wie man manchen Frauen ist mehr übel, manchen ist weniger übel. Das weiß man ja vorher alles nicht. Das ist wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, da achtest du auch drauf und da versuchst du auch diszipliniert zu sein, zusätzlich zu dem Geschenk, sag ich mal, dass es bei dir eh gut läuft. Gibt es irgendwas, wo du drauf achtest und wo du so als Tipps vielleicht hast, wo andere drauf achten können? Ja, also wo ich drauf achte, aber es ist dann, also hat wenig was mit Disziplin zu tun, weil ich halt, also das fühlt sich, wenn ich irgendwas mache, weil es sich gut anfühlt, fühlt es sich nie wie diszipliniert sein an, dass ich sehr viele Momente immer Verbindung schon zu dem Baby aufnehme. Also ich sage mal, mich mit dem Baby connecte. Also es kann halt durch eine Meditation sein und in sich hineinspüren, hineinfühlen, weil das ist ja wissenschaftlich mittlerweile belegt, dass das Baby halt alles, was ich erlebe, halt schon miterlebt und dass man da halt auch schon mit dem Baby kommunizieren kann und ja, das ist was, was ich halt dann jetzt schon mache. Also und so, nicht nur mich, sondern eben auch das Baby auf die Geburt schon vorbereite. Also nicht jeden Abend auf einem Heavy-Metal-Konzert. Naja, wenn das Spaß macht und Endorphine ausschüttet, dann vielleicht schon. Aber trotzdem halt auch, eben auch dann halt so, das Baby zu fragen, also oder, das ist ja das dann, wenn sich etwas gut anfühlt, dann habe ich das Gefühl, das Baby zeigt mir, ja, das passt auch für mich. Wenn ich merke, ah, ich bin, also oft ist, wenn ich mir unsicher bin, mache ich es nicht, weil das ist für mich dann, also in meinem Fall immer schon ein Zeichen, nee, das ist dann nicht so gut, weil ich tendenziell immer denke, ja, das mache ich, das geht schon. Aber wenn sich irgendwas, wo ich denke, bin mir unsicher, dann mache ich es nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass das Baby mir dann auch sagt, du, fällt mir jetzt nicht. Ist uncool. Ja, okay. Ich glaube, das heißt, du hörst da sehr, sehr viel auf dich, auf deinen Körper, auf deinen Kopf und verbindest es dann einfach damit, was du dann auch tust und was du machst. Genau. Das heißt, wie zum Beispiel Wandern tut dir gut, ich glaube, du läufst nicht mehr, glaube ich. Genau, habe das Laufen jetzt irgendwie seit gut zwei Wochen, glaube ich, sein gelassen, weil sich das halt nicht mehr gut angefühlt hat und aber bin halt viel in den Bergen unterwegs weiterhin und was mir auch zeigt, also das ist, für mich ist es jetzt auch kein Problem, halt nicht zu laufen, also weil mir sind die Berge wichtig und aber wie ich die erklimm, das ist mir dann, also das ist sekundär, also dann wandere ich halt die Berge hoch, was halt genauso cool ist. Ja und es ist, wie du schon sagst, es ist okay für dich nicht zu laufen, weil es ja auch, also es macht ja auch keinen Sinn, das jetzt zu erzwingen, also das bringt ja keinem was. Ja, das ist dann, glaube ich, halt das eigene Ego halt irgendwie, was dann manchmal durchkommen kann, so ungefähr so, wenn ich sonst halt, keine Ahnung, halt in, weiß ich nicht, muss ich gucken, wie lange brauche ich sonst auf dem Hochgehren-Gipfel halt, also wenn ich dann halt jetzt wandere, also es war am Anfang schon so, dass sich halt die Zeitfenster völlig falsch eingeplant hat, weil vor allem, äh, hoch ist jetzt nochmal der Abstand gar nicht mal so krass, aber vor allem dann, bis man wieder unten beim Auto ist, also ob man jetzt halt runterballert, oder halt dann runterwandert, das macht halt schon was aus. Dann habe ich immer gedacht, ja, ja, ich bin drei Stunden wieder da oder in zwei Stunden und dann ist es dann so, okay, ich glaube, ich schicke mal eine Nachricht, dass es doch noch ein bisschen länger dauert. Wie du vorhin gesagt hast, im Downhill kann man die Pace aufnehmen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, spannend. Was machst du sonst noch neben Wandern und so? Ich glaube, du hast gesagt, du warst gestern erst noch am Chiemsee beim Stand-Up-Paddeln. Genau. Yoga mache ich sehr viel. Eben auch, also zum einen halt natürlich Hüfte, Becken, Boden und auch das eigene Körpergefühl zu verbessern. Beweglichkeit, das merke ich tatsächlich. Also ich war ja auch eine Woche im Yoga-Retreat in Portugal jetzt nochmal, wo ich halt dann halt morgens zwei Stunden, abends zwei Stunden halt Yoga gemacht habe und ich hatte davor, habe ich schon immer mal den unteren Rücken gemerkt. Also natürlich, weil es halt ein ganz anderes Gewicht ist, was halt der Körper tragen muss, ganz anderer Körperschwerpunkt. Ich tendiere schon an sich zum Hohlkreuz, mit so einem Bauch ist das nochmal was anderes, dass ich dann halt oft den unteren Rücken irgendwie ein bisschen gemerkt habe und halt in dem Yoga-Retreat halt überhaupt nicht, was halt gezeigt hat, okay, ich glaube, das Yoga tut halt meinem Körper extremst gut und dadurch mache ich das halt täglich, Yoga, einfach weil ich merke, dass das halt mich davor bewahrt, dass ich halt irgendwelche Beschwerden habe. Und bevor die halt irgendwie erst aufkommen, mache ich lieber schon präventiv was dagegen. Ich glaube, Yoga ist generell gut für sehr, sehr viele Menschen, auch beim Trailrunning. Das ist die Story vom Wochenende, der der ZL-Stefan. Weil wir hatten bei unserem Camp am Wochenende auch Yoga mit eingebaut und es war am, von Donnerstag bis Sonntag war das Camp und Samstagnachmittag war Yoga mit eingebaut, glaube ich. Freitag, Samstag, egal. Auf jeden Fall haben wir uns rausgenommen aus der Yoga-Session. Warum das? Das ist eine ausgezeichnete Frage und haben uns dann hinten hingesetzt und dachten uns nur so, oh mein Gott, wir müssten eigentlich auch mitmachen. Wir kamen uns so doof vor, dass wir nicht mitgemacht haben. Ich weiß gar nicht, wieso wir uns rausgenommen haben. Stefan hat auch, Stefan hat Fotos gemacht, muss man sagen. Ja, ja, klar. Stefan hat Fotos gemacht und ich Stabi-Yoga-Core-Training und so hält sich die Motivation immer in Grenzen. Obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, aber ja. Ja, aber das Ding ist, oder das merke ich auch im Coaching, also das scheint schon eher so tendenziell ein Männerding zu sein, dass wenn ich dann halt sage, ich würde Yoga nehmen, planen die Kräne und so, sind manche sehr skeptisch. Also viele haben das halt noch nie ausprobiert und wenn ich aber merke, dass das halt so, schon im Gespräch, dass ich das Gefühl habe, okay, wer wird auf Yoga nicht so offen reagieren, sage ich dann halt, dass wir halt läuferspezifische Mobilisation und Kräftigungs- und Stretching-Übungen würde ich einbauen, dass die halt richtig gut sind und so und dann nach acht Wochen, zwölf Wochen sage ich dann irgendwann, okay, wir haben jetzt schon zwölf Wochen Yoga gemacht, jetzt kann ich auch sagen dir, dass du eigentlich Yoga machst. Also es ist meist so, im Kopf, genau, was viele halt einfach mit Yoga verbinden, aber das ist, ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, merkt halt echt, wie das Körper gut tut und auch, dass es halt dadurch halt sehr die Tiefmuskulatur angesprochen wird, ist auch, ich habe früher, also während der Straße habe ich viel mit einem Zehenkämpfer immer zusammen Athletiktraining gemacht und na klar, mit ihm habe ich dann halt immer sehr viel mit Gewichten und so gemacht und oft haben wir dann aber halt irgendwie dann hinterher, habe ich dann eine Yoga-Session angeleitet und er hat auch immer gesagt, du kannst jetzt nicht noch eine Yoga-Session machen, also das ist viel zu anstrengend nach dem Krafttraining, so, also weil es sich für ihn das so angefühlt hat, klar, wenn man halt Muskelberge hat und die dann alle halten muss, das ist halt was ganz anderes und aber das Schöne am Yoga eben auch, dass da halt auch viel mit Atemübungen meditativer Charakter auch, der hat eingebaut wird. Ich glaube, das ändert sich auch gesellschaftlich. Ich glaube, wenn man vor, ich glaube, fünf oder zehn Jahren über Meditation gesprochen hätte, dachte ich da, was, irgendwie so total strange und mittlerweile ist es einfach viel mehr verbreitet. Ja, ich habe aber mit meiner Oma, die ist jetzt 90 Jahre alt, telefoniert und als ich ihr gesagt habe, dass ich Yoga mache oder halt nach Portugal gehe, um dort Yoga zu machen und da hat sie dann gesagt, ja, sie hat, also mit meinem Opa damals auch schon, halt, das waren die 50er Jahre, da hat die halt schon Yoga gemacht, wo ich denke, so Wahnsinn. Aber da war der Kreis wahrscheinlich deutlich kleiner von den Leuten, die Yoga gemacht haben. Ja, genau. Oder es hieß anders. Oder keine Ahnung, wie sie da den Zugang dazu bekommen hat. Ja, mega cool. Finde ich auch richtig cool. Seine Oma immer noch, macht sie immer noch Yoga? Sie macht jeden Tag, also da merke ich, also dieses Gewissenhafte habe ich von ihr. Also das auch, wenn mir halt irgendwie ein Physiotherapeut dann halt sagt, dass die Übung gut für mich ist, dass ich die täglich machen soll, dann natürlich mache ich die täglich, bis ich halt dann irgendwie gemerkt habe, nee, das ist nicht normal. Die meisten, wenn die das gesagt bekommen, machen das dann nicht täglich. Meine Oma aber auch, die macht täglich ihre Gymnastikübung, die der Arzt ihr gezeigt hat. Wow, okay. Genau, und deswegen ist die aber heute auch echt noch fit. Mega, das ist echt cool. Ich gehöre zu der Gruppe, die das nicht gemacht hat. Ja, ich fange dann irgendwann mal an. Das Problem ist, theoretisch weiß man es ja, aber Praxis und Theorie ist halt manchmal immer ein bisschen auseinander. Voll. Gut, Themawechsel. Deswegen muss es zur Routine kommen und dann, also sobald es eine Routine ist, dann ist es easy. Ja, voll. Ja, das heißt, bei Coaching machst du mit deiner Schwester zusammen, glaube ich, oder? Hannah Coaching? Genau. Hannah Twin Coaching? Hannah Twins Coaching. Hannah Twins Coaching, genau. Und was für eine Art von Coaching macht ihr? Also nur Läufer oder ist es querbeet oder wen coacht ihr da? Natürlich ist Laufen schon so ein großer Fokus, sage ich mal, dadurch, dass wir vom Laufen kommen und aber auch halt der Vorteil, dass wir halt, also sowohl Straßenlaufen als auch Traillaufen halt mittlerweile Expertise haben und aber auch auch Leute, die gerne laufen würden, also aber halt von Null kommen. also wir noch nie den Zugang zum Laufen gefunden haben und ich glaube, dass halt, dass der menschliche Körper halt zum Laufen an sich gemacht ist. Und natürlich ist dann halt je nachdem, auch wenn man halt sehr viele Kilos zu viel hat, dann lasse ich die auch noch nicht laufen, sondern dann fangen wir halt mit Powerwalking an, mit Schwimmen und aber schon das Ziel, dann irgendwann halt den Schritt zum Laufen hinzubekommen und das ist halt auch wieder das Spannende, dass da halt komplett unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Zielen, also halt das Ziel halt irgendwie einfach mal fünf Kilometer am Stück zu laufen oder auch viele Frauen, die halt irgendwie nach zwei Geburten dann halt sagen, ja, sie schaffen es zum einen nicht mehr halt in die Sportroutine reinzukommen oder auch die letzten sechs Kilo von der Schwangerschaft, die kriegen es halt einfach nicht mehr runter und da halt irgendwie und dann aber andere, die halt dann den Marathon unter drei Stunden laufen wollen, also das ist halt irgendwie cool. Aber super spannend dann, diese Kontraste zu haben. Ja, genau, das ist auch das, was mich halt daran so fasziniert und warum ich das so gern mache. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, was dir, also genau, was dich daran fasziniert und was so, also ich merke das bei mir als Trailrunning Guide und wenn du den Leuten dann, wenn du den Leuten einfach was vermitteln kannst, den Leuten was mitgeben kannst und merkst irgendwie, die kriegen dadurch ein Grinsen ins Gesicht oder du merkst, denen taugt es oder sie hinterfragen einen dann auch, also du wirst bestimmt auch oft als Trainerin gechallengt, vielleicht eher auch von den ambitionierteren Athleten oder Athletinnen, wo man sich dann auch selber wieder hinterfragt. Also ich finde, man ist ja nicht als Coach nicht in der Position, allwissend zu sein. Man hat halt bestimmte Ausbildungen oder Erfahrungen, die man weitergeben kann, aber trotzdem bin ich mal ein Fan davon, extrem viel Input zu bekommen, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Voll, ja. Deswegen, ja, was gibt es dir, als Coach unterwegs zu sein? Ja, ich glaube, das merkt ja jeder für sich selbst, irgendwelche Ziele zu erreichen, was das für ein cooles Gefühl ist und was das in einem auslöst und was für Hormone das ausschüttet. Und so erreicht man nicht nur für sich selbst Ziele, sondern es ist mindestens genauso schön, jemanden zu begleiten, der dann halt ein Ziel für sich erreicht, was halt vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hat. und dann halt diese Freude mit zu spüren und halt aber auch den Weg gemeinsam zu gehen, also der natürlich nicht so, also geht nie linear nach oben, ist halt eine Wellenbewegung, dann läuft es mal wieder nicht so gut oder so, es sind Herausforderungen, aber das gemeinsam zu begleiten und das hast du ja auch auf dem Weg hier hoch beschrieben, wo ihr diesen etwas ausgesetzten Trail dann gelaufen seid, also was das dann in so einem Menschen verändert oder auch insgesamt von der Gruppendynamik, wenn man halt irgendwas macht, was man sich vorher vielleicht nicht so zugetraut hat und das ist halt irgendwie schön. Und man hat danach echt gemerkt, die Leute sind an ihre Grenze gegangen und haben sie dann einfach verschoben und haben ein Grinsen im Gesicht gehabt und allein das ist schon so cool zu spüren, wie man sowas vermitteln kann einfach oder Leuten einfach auf den Weg geben kann und andere dadurch auch bereichern irgendwie kann. Macht ihr auch, also ich habe bei den Reviews von euch mal von HANA Coaching gelesen, dass die Leute extrem begeistert von den Rezepten sind. Macht ihr die selber oder wie kommt ihr zu den Rezepten? Von deiner Oma noch? Auch, also so jetzt, das hat dieser jetzt zur Osterzeit, hat sie gesagt, dann halt so von unbedingt das Rezept von der, also wir kommen ja gebürtig aus Hessen, grüne Soße ist da halt so das Ding, das ist halt so eine saure Sahne, Joghurtsoße mit ganz vielen Kräutern und dann halt gekochten Eiern drin. Um die Osterzeit, weil halt so viele gekochte Eier da sind und dann, also kommen dann halt sozusagen dann halt auch Rezepte von der Oma, die natürlich dann leicht verändert sind, weil Oma macht halt immer sehr viel, also gute Butter natürlich überall rein. Also das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Protein und Fetten muss natürlich stimmen, aber das ist glaube ich, weil so kochen, backen und Rezepte zu kreieren, das ist schon immer für Lisa und mich, so unser, also Hobby, also dadurch das Laufen ja zum Beruf wurde, war das eigentlich immer unser größtes Hobby. Also wenn wir irgendwie dann kopffrei bekommen mussten oder halt nach einer intensiven Einheit, haben wir uns halt nie irgendwie auf die Couch gelegt, sondern sind in die Küche gegangen und haben dann halt irgendwas gekocht, weil das für uns halt so das war. Und deswegen, ja, ist das halt auch ein wichtiger Bestandteil vom Coaching. Ja, das, also und auch den Leuten halt, je nachdem, was für Bedürfnisse sie haben. Natürlich, wenn jemand halt, das ist auch cool, jetzt hat einer mir geschrieben, der Mitte 50 ist und halt vorher nie gekocht hat und hat gesagt so, ich glaube, meine Frau ist mindestens genauso dankbar wie ich, dass ich im Coaching bin, weil er halt jetzt abends kocht und dass die Rezepte dann halt auch so aufgebaut sind, dass man halt keine, also die sind halt simple auch umzusetzen. Es gibt welche, je nachdem halt natürlich, die auch irgendwie mehr Zutaten haben, komplizierter sind, aber es gibt halt auch, wer das möchte halt, welche die simple sind, die schnell zubereitet sind und das möchten wir zeigen, es ist nicht kompliziert, sich gesund zu ernähren. Ja, voll. Also man muss halt einfach nur machen und halt mal den Zugang dazu bekommen. Ja, und dann auch sich bewusst ernähren, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, klar, ich glaube, vegan und diese ganzen Essens, sag ich mal, ja, Weisheiten oder die ganzen Ernährungsarten, die es mittlerweile gibt, sind, ja, aller Munde, ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich bewusst ernährt. Ich glaube, das ist so die Hauptsache. Vor allem, wenn man Sport macht, glaube ich, merkt man ja auch, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Wie du vorhin gesagt hast mit dem Baby, ja, merkt man auch, was einem gut tut und nicht gut tut. Genauso ist es beim Essen halt auch. Ernährst du dich vegan oder vegetarisch oder irgendwie speziell? Vegetarisch. Vegetarisch. Also, aber das ist auch spannend. das ist, ich, wenn jemand fragt, bist du Vegetarier, tue ich mir immer schwer. Also, weil, das ist halt immer so ein Stempel. ich bin Anna und ich esse aber kein Fleisch und kein Fisch. das ist halt oft dann auch halt, das halt zu extrem wird. Weil das Wichtigste ist für mich, dass halt jeder auf den eigenen Körper hört. Und das, was ich zum Beispiel gespürt habe, in der Schwangerschaft, dass ich vermehrt wieder mehr tierisches Protein gegessen habe. Also, ich habe ja schon, also, ich habe mich nie vegan ernährt und habe aber auch dann auch wenig Joghurt oder so gegessen, wo ich merke, okay, ich esse wieder mehr Quark, mehr Joghurt, mehr Eier, weil scheinbar der Körper halt gerade Proteine braucht. Und dann darauf zu hören und dass es auch halt kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern das, was sich für den Körper gut anfühlt. Und ich glaube, das Entscheidendste, was du gesagt hast, halt sich bewusst zu ernähren. Und ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, wenn halt jemand für sich sagt, er möchte halt, oder er möchte Fleisch essen, das dann aber auch bewusst zu genießen. Und das muss halt dann halt nicht jeden Tag sein. Genau, also, dass einfach so ein Bewusstsein dafür da ist, dass halt, ja, wie wertvoll Nahrung ist und dass man das auch mit einer Dankbarkeit dann isst und zubereitet. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, man darf erstens niemanden verurteilen über das, was er isst, weil es ist total fein. Ja. Ich glaube, echt wichtig ist, darauf zu achten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich ernähre mich überwiegend vegetarisch und vegan. Aber wie du sagst, ich bin halt der Stefan und wenn der Stefan jetzt mal Bock auf eine Leberkassemmel hat, dann ist ja die halt, ja. Das wird tendenziell immer weniger, deutlich weniger, aber ich will da einfach nicht im Verzicht leben, ja. Ich will da einfach, weil das ist für mich was Negatives dann, ja. Voll, ja. Und ich will, ich habe keine Lust auf negative Gedanken im Kopf, wenn ich sie vermeiden kann, sage ich mal so, ja. Und man merkt dann eh, vor allem wenn man, sage ich mal, im Sport, man merkt eh, es ist nicht gesund, jeden Tag von Fleberkassemmeln zu essen, ja. Voll, genau. Ich glaube, dass man dann, also je besser das Körpergefühl wird, desto weniger ist ja das Verlangen danach. Genau. Also weil der Körper weiß ja eigentlich, dass das überhaupt nicht, äh, gut für einen ist. ja. Was ist dein Lieblingsrezept? Oder dein Lieblings, oder was, was ist dein Lieblingsrezept, was ihr, was ihr bei euch auf der Liste beim, beim Coaching habt? Hm, ich glaube Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn? Ich bin einfach voll der Kaiserschmarrn-Fan. Also ich liebe die österreichische Küche, ich liebe Teigwaren. Ähm, ja, das ist, äh, voll meins. Wo ich dann auch bei so Süßspeisen und Gebäcken und so. das ist. Apfelstrudel, Topfenstrudel. Ah, Topfenstrudel, das, ähm, hab ich nämlich jetzt, letzte Woche, äh, hab ich gebacken, äh, hab ich noch nicht das Rezept erstellt. Also weil ich halt, ich lieb's halt auch immer Freestyle zu kochen und dann, äh, muss ich dann halt hinterher dann wieder rekonstruieren, was ich eigentlich reingemacht hab und dann, äh, halt berechnen, dass es dann auch von den, äh, Nährstoffen passt. Das heißt, ihr kocht auch alle Rezepte selber und danach gebt ihr sie quasi erst bei euch mit ins Coaching rein. Genau. Also, ähm, und, äh, meistens oder wenn wir auch an sich schon so irgendeine Idee haben, dann sprechen wir drüber, Lisa nicht. Und eine von uns beiden probiert es dann aus und dann. Habt ihr schon ein Kochbuch? Ähm, nein, noch nicht, aber da hätte ich echt Bock drauf. Halt so ein Kochbuch in Verbindung mit halt, wo nicht einfach nur Rezepte dabei sind, sondern halt auch irgendwie Storys dazu. Ja. Also zum einen, was gut an dem Rezept ist oder wie das entstanden ist, äh, mit irgendwelchen Anekdoten, äh, gespickt. Mal gucken, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Was ist dein Küchenmaschinen? Ah, ich bin tatsächlich voll der Fan von Küchenmaschinen. Ähm, viele denken immer, ich sei irgendwie eine Vertreterin von Thermomix, weil ich den einfach also, äh, halt, ich mache auch super gern Nussmousse selbst und das ist halt, äh, genial. Also der ist halt bei mir echt, äh, täglichen Betrieb. Ich habe aber auch eine Heißluftfritteuse. Ich habe eine, äh, Pasta-Maschine, also weil ich mache mir Nudeln am liebsten halt selbst. Ähm, ja, von daher Küchengeräte, ähm, habe ich viele. Und man braucht natürlich dann auch eine große Küche, dass man die Stellfläche hat, weil ich glaube, wenn man die Geräte dann immer extra rausholen muss, äh, ist es halt was anderes, als wenn die halt immer dastehen. Ja, supporten einfach, glaube ich, auch ganz gut bei bestimmten Gerichten. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, und du hast du eine Lieblings Küchenmaschine? Ähm, kochst du? Ich koche, ja. Meistens kocht Ramona, also meine Frau, weil sie einfach mehr Leidenschaft dabei hat wie ich, deutlich mehr. Aber wenn ich mit Anna und unserer Tochter alleine bin, dann koche meistens ich. Und dann... Ach, und nicht Anna. Doch, Anna kocht sogar mit. Ach, cool. Ja, ja. Manchmal kocht sie sich auch selber irgendwelche Sachen. Also Spaghetti, Carbonara und so, kriegt sie auch schon ganz gut hin. Mega. Ja, und es macht ihr auch mega Spaß. Und sie, also sie, sie ist halt sechs und sie schneidet schon, seitdem sie drei oder vier, seitdem sie in den Kindergarten geht, schneidet sie auch schon immer mit einem komplett scharfen Messer ihre Sachen. Ach, mega cool. Macht sich auch ihre Brotzeit oft selber. Sehr cool. Ja, das haben wir ihr von Anfang an eigentlich so gezeigt. Also sie haben mir nie ein stumpfes Messer gegeben, sondern immer gleich ein scharfes, weil... Also Messer sind halt scharf. Richtig. Oder dass halt auch weißt, wie man damit umgeht. Genau. Das ist, glaube ich, halt so wichtig, dass man halt Kindern den Zugang halt zu dieser, zur Ernährung gibt und halt das Essen zubereitet wird und dass das halt nicht irgendwie einfach aus der Mikrowelle kommt. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Wir kochen jeden Tag. Ja. Wir kochen wirklich jeden Tag. Wir haben nicht mal eine Mikrowelle. Ja, wir auch nicht. Also, ja. Wir kochen in der Tat jeden Tag, ja eigentlich, also einmal mindestens frisch und ansonsten halt was vom Vortag irgendwie nochmal warm gemacht. Aber ja, ich koche auch. Pizza mache ich oft mal. Das ist ganz witzig. Deswegen hänge ich gerade so ein bisschen, weil ich gerade daran denke, wie unterschiedliche Kochweisen quasi sind. Also Ramona ist zum Beispiel, sorry Ramona, kompletter Chaos-Koch. Ja, also die Küche ist danach, also sie kocht mega, aber die Küche ist danach einfach wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Was okay ist, ja. Wir teilen uns dann die Aufgaben, weil ich räume halt dann auf. Oder die Anna spült ab, macht sie auch manchmal. Und bei mir ist halt, ich brauche deutlich länger, dafür ist alles akkurat. Und was ich nicht mehr brauche, wird gleich abgespült und ist sauber. Und wenn ich fertig bin, kochen sie doch die Küche eins aus. Ich fühle Ramona. Also, aber ich tue dann hinterher dann alles auch. Also, man glaubt dann nicht, wie fünf Minuten vorher noch die Küche ausgesehen hat. Also mache ich dann zack, 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 alles wieder sauber. Aber ja, wenn ich koche, dann halt fünf Dinger gleichzeitig, die halt irgendwie dann, ja, da schneide ich klein und da ist schon was in der Pfanne und da ist da schon was im Airfryer. Und dann dadurch bin ich, also bin ich eine mega schnelle Köche, so und ich lieb's aber auch halt, also wir haben ganz oft, also ganz, ganz viele Freunde und Gäste immer zum Essen da. Und aber, ja, ich lieb's auch halt, vielleicht auch, weil ich in einer halt Familie mit fünf Kindern groß geworden bin, dann halt auch für viele Menschen zu kochen. Ja. Ja, und halt auch essen, das finde ich sowas Schönes, Geselliges. Deswegen fand ich es halt so cool, dass wir den Podcast gleich mal mit einer Brotzeit gestartet haben. Ja, auf alle Fälle, ja. Und ich glaube, wir hatten auch alle Hunger. Nachdem der Stefan schon in der Früh um vier hier oben war, war das quasi schon Abendessen. Ja, ich muss ja gestehen, also ich hab schon gefrühstückt, aber das war halt für mich das zweite Frühstück. Ja, das geht immer. Aber es ist, so eine Brotzeit auf der Alm gehört einfach dazu. Ja, irgendwie hat das Flair, gell? Ja. Also irgendwie, ja, ich mag das auch super gern. Ganz krasser Switch zu einem anderen Thema Instagram. Ihr seid, glaube ich, ihr habt einen Account, den ihr gemeinschaftlich betreut, oder? Du und deine Schwester. Ihr, du bist doch, ihr seid relativ transparent, sag ich mal, was auch euch eure Persönlichkeiten angeht. Erzähl doch einfach mal, aus welchem Grund ihr transparent seid, wie euch mit Instagram, oder, es wird immer reduziert auf Instagram, es gibt natürlich auch andere soziale Medien, aber Instagram ist halt einfach das, was die meisten nutzen. Und, ja, wie ihr euch damit fühlt und wie wichtig das für euch ist und wieso ihr das so macht, wie ihr es macht. Ja, also, ich, Instagram, also ich finde es schon also eine riesen Möglichkeit, dass man halt sein Bild über sich selbst mitbestimmen kann, also vielleicht auch, also Lisa und ich hatten 2016 gab es einen riesen Shitstorm nach den Olympischen Spielen, wo wir halt weltweit in den Medien waren, also in Deutschland, also Shitstorm in den Medien, im Ausland wurden wir hochgejubelt, was halt beides also einfach halt nicht zusammengepasst hat und wo man dann halt selbst gemerkt hat, also wie hilflos man eigentlich ist, also dass da manchmal ein Bild dann oder einem Dinge unterstellt werden, wo man denkt so, also wenn man gar keine Möglichkeit hat, also man könnte sich halt irgendwie dazu äußern, aber dann macht man halt nur noch mehr Öl ins Feuer, so, und das Instagram, also dadurch, dass man halt selbst in die Öffentlichkeit dadurch gehen kann, kann man halt einfach schon über Jahre zeigen, wer man ist und das hilft extremst und ich glaube deswegen ist es auch so, dass ich halt so per se erstmal positiv dem Ganzen eingestellt bin, weil es halt eine tolle Möglichkeit ist, halt irgendwie Kontakt mit anderen Menschen zu halten und gleichzeitig achte ich schon drauf, dass, also was ist jetzt, das ist halt schwierig halt so, als Profisportlerin, und was ist jetzt privat und was ist nicht privat, weil das halt immer ein fließender Übergang ist. Vermisch dich irgendwie. Genau, und aber das halt, ja, ich habe tatsächlich auch überlegt dann bei den Schwangerschaften, also wie viel gebe ich preis und wann teile ich das mit oder nicht, weil es ja schon etwas sehr Persönliches und Privates ist und dann hat aber eine Freundin, die aber auf, also Instagram überhaupt nicht aktiv ist und so, dann aber so zu mir gesagt, sie klar, also glaubt, dass es halt so viele Frauen auch helfen kann, halt zu sehen, wie ich damit umgehe, was ich mache, was ich nicht mache und also, wo ich gemerkt habe, ja, stimmt, also das ist halt, warum verstecken damit, wenn du andere auch, klar, wird bestimmt immer kritisch beäugt und, aber du kannst damit auch sehr, sehr vielen, jetzt vor allem bei Schwangerschaft, sag ich mal, sehr, sehr vielen Frauen auch Inspiration geben und Mut machen vielleicht auch. Genau, ist ja nichts, Negatives, also wie wir jetzt auch so halt kritisch über die Entwicklung im J-Running gesprochen haben, was halt viele, viele Vorteile hat, aber halt auch gewisse Risiken oder Nebenwirkungen und deswegen ist es ja, ich finde es cool, wenn halt auch Diskussionen entstehen oder man halt auch über ein Thema diskutiert, ich glaube, das hat man in den letzten drei Jahren gemerkt, also wie, also, dass auf einmal keine Diskussionskultur mehr da war, es gab einfach nur noch eine Seite, die richtig ist, die andere Seite, die scheinbar falsch ist und aber halt, es gab keine Diskussion und das finde ich halt das Schlimme, das kann doch jeder seine Meinung haben, wie er will, aber man muss halt irgendwie trotzdem, ja, miteinander reden und eben auch, auch mal das aushalten, dass jemand eine andere Meinung in irgendeinem Punkt hat. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, darüber kritisch zu diskutieren und also ich habe zum Beispiel bei Instagram, ich habe da keine Meinung darüber, habe ich wirklich nicht, ob das gut ist, viel Preis zu geben oder ob es nicht gut ist, weil ich finde, das bleibt jedem selbst überlassen und da ist jeder selbst dafür, in seiner Welt zu entscheiden, ob er das macht oder nicht macht und da gibt es Leute, die können es gut finden und da gibt es welche, die können es nicht gut finden, die müssen es sich aber auch nicht anschauen. Ja. Also deswegen bin ich da relativ entspannt, weil ich finde, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich glaube, man kann, in deiner Situation, in der du jetzt bist, kannst du definitiv deutlich mehr Mehrwert stiften, um anderen Frauen zum Beispiel Mut zu machen in der Schwangerschaft und geht raus, geht trotzdem in die Berge, wenn es für euch passt. Es hilft deutlich mehr, wenn du es so tust, wie du es tust, anstatt wenn du es nicht tun würdest, weil du eben auch, sag ich mal, in diesem Rampenlicht, in Anführungsstrichen bist, wo Leute das auch mitbekommen. Ich glaube, ja, das ja auch, das finde ich das Verrückte, dass man halt, also wenn du schwanger bist, kommst du in eine Schublade und die Schublade heißt schwanger und es gibt kein, also nicht mehr Schubladen als schwanger. Ich denke, ja, aber ganz ehrlich, was, also was für ein Potpourri an Menschen ist in dieser Schublade? Also zum einen vom Alter, es gibt ja Leute, die halt, keine Ahnung, mit 16 Jahren schwanger sind, andere, die mit 43 schwanger sind. Dann irgendwelche, die halt schon seit Jahren regelmäßig Sport machen und andere, die halt noch nie Sport gemacht haben, die sich gesund ernähren, die halt sich überhaupt nicht gesund ernähren, die vorher geraucht haben und die noch nie geraucht haben und also, und aber trotzdem, du bist schwanger und dann gibt es genau die Richtlinien für alle, die schwanger sind und das finde ich halt so krass und das möchte ich halt auch zeigen, also natürlich ist es für einen Arzt auch schwierig halt, da irgendwelche individuellen Entscheidungen zu treffen oder halt Unterschiede zu sehen, aber mir hat auch dann eine geschrieben, die halt auch aus dem Leistungssport kommt, hat gesagt, sie ist total verunsichert, weil die Ärztin hier sofort gesagt hat, sie darf nicht mehr als 5 Kilogramm heben, wo, also ich bin keine Ärztin, deswegen kann ich so jemandem dann auch nicht aus der Ferne eine Empfehlung geben, aber wo ich denke, also es ist ja die Frage, wo kommt man her, wenn ich vorher halt Squats gemacht habe mit 75 Kilogramm Gewicht, so natürlich ist es was anderes, ich mache jetzt auch deutlich weniger, aber das ist, wo kommt man her und dass das halt überhaupt nicht beachtet wird, das finde ich halt krass und halt auch, ja, so ein bisschen typisch Schulmedizin, das ist, du hast die Diagnose schwanger und dann gibt es genau die Richtlinien, die du dann einhalten musst. ist das auch, weil du jetzt auch sagst, Richtlinien merkst du das auch, weil du gesagt hast, wegen Schublade, also sag ich mal, jetzt nicht nur aus der Medizin heraus, sondern auch gesellschaftlich diese Richtlinien oder, also jetzt nicht nur bezüglich Schwanger, sondern diese Vorgaben, wir hatten am Wochenende mit dem Camp, hatte ich mit einer Teilnehmerin auch das Thema, weil es war ja Samstag echt gutes Wetter, hatte ich das Thema Barfuß gehen oder laufen, ja, und ich bin jemand, und ich laufe halt super gern Barfuß, ich gehe auch Barfuß in den Supermarkt, weil wenn es 30 Grad hat, will ich, habe ich ja keinen Bock, Schuhe anzuziehen und ich denke mir dann immer, alle anderen würden es vielleicht genauso gern tun, sie sagen sich nur, man macht es halt irgendwie nicht und ich denke mir so, wer sagt denn, wieso sagst du Richtlinien, wer sagt denn, was ist richtig für jemanden und ich glaube, dass da viele immer so Schubladen denken und ich werde da total blöd angeschaut, ja, also, aber ich verstehe nicht warum, weil vielleicht würde die Person ja auch gerne Barfuß rumlaufen, traut sie es nur nicht. Ja, also, und das meine ich auch halt mal mit Aushalten, dass jemand halt irgendwie was anders macht, also so, wow, also das ist, gefühlt ist auch zur Zeit so ein bisschen eine Tendenz in der Gesellschaft, dass halt irgendwie alle irgendwie möglichst gleich sein sollten und ich denke, also lasst doch jeden so sein, wie er möchte und nur, also, das heißt ja nicht, dass jeder dann Barfuß rumlaufen möchte, aber ich liebe es zum Beispiel auch, Barfuß rumzulaufen, aber das ist ja, und aber gleichzeitig merke ich, dass ich, also ich gehe halt jetzt auch immer noch Eisbaden und so, was, natürlich findet man der Literatur da halt wenig dazu, weil, weil es halt schwierig ist, das halt irgendwie generell zu empfehlen, also im Zweifel verbietet man das lieber halt jedem und aber ich merke, dass auch wenn mich Leute dann, also ich denen begegne, wenn ich halt gerade auf dem Weg ins Wasser oder aus dem Wasser bin, dass ganz viel auch mit dem, der eigenen Ausstrahlung zu tun hat, wenn ich denen das Gefühl gebe halt so, von Sicherheit und Ruhe und halt, dass mir das gut tut, die spüren das, also ich habe da auch noch niemanden gemerkt, der mich irgendwie angefeindet hat oder halt gesagt hat so, wie, du bist schwanger, du gehst jetzt noch irgendwie Eisbaden und das habe ich auch von Schwangeren gehört, dass wenn die auf dem Berg sind, dass die halt jetzt schon, wenn halt die Kugel größer wird, dann halt auch irgendwie so negativ angesprochen werden, warum die jetzt noch so Sport machen müssen, wo ich sagen muss, mir ist das, also zum Glück, aber halt noch nicht passiert auf dem Berg, dass die Leute irgendwie mich freundlich andächeln, weil sie dann natürlich sehen, dass ich schwanger bin, also ich glaube, wie du es ausstrahlst, genau, wenn man halt diese Zweifel im Kopf hat oder das dann auch erwartet, dass das von anderen Menschen kommt, dann wird es auch meist kommen, aber das halt ganz viel, je sicherer man sich selbst ist, desto weniger werden auch die anderen Menschen da irgendwie was sagen, glaube ich. Das schließt sich so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, das tun, was einem gut tut, ja, wenn man ausstrahlt, dass es mir vielleicht nicht gut tun könnte, dann wird halt vielleicht schneller drüber geurteilt oder sage ich mal von anderen, ja, voll, und ich glaube, das ist eben, man kann da, glaube ich, sehr, sehr viel einfach in andere Menschen vertrauen und vertrauen, dass sie in der Lage sind, zu wissen, was ihnen gut tut und dass sie das tun, worauf sie Bock haben, ja, klar, es gibt Themen, wo es kritischer ist, aber, sage ich mal, bei den weicheren Themen ist es, glaube ich, kann man die Leute ruhig machen lassen, ja, voll, deswegen ist es, glaube ich, ja, auch bezüglich Instagram und so, ist es, glaube ich, ja, wir hatten es vorhin, ich weiß gar nicht, bei was hatten wir es vorhin, Fluch und Segen zugleich, ja, das ist, auch bei Instagram ist Fluch und Segen zugleich, weil es ist natürlich schon auch Arbeit, also, klar, und aber auch halt, auch das, also ich für mich jetzt, äh, selbst schon spiele, also ich, äh, ich würde nie halt, ähm, ein Bild von dem Baby, was auf die Welt kommt, wird halt irgendwie auf Instagram posten, und aber das heißt nicht, dass wenn halt das eine Frau macht, dass ich dann denke, so, wie kann sie nur, weil ich finde, das ist also, das darf halt jeder für sich selbst entscheiden und jeder hat irgendwie Gründe, irgendwas zu machen oder halt nicht zu machen und da halt auch, äh, jedem die Freiheit zu lassen, also man muss ja nicht alles gut finden, was gemacht wird, ähm, aber halt auch jedem das irgendwie, äh, zu sprechen, dass man das für sich selbst entscheiden darf. Ja, das sehe ich auch so, und echt dieses Vertrauen einfach haben, ja, derjenige wird schon wissen, dass das für ihn gerade cool ist, wenn er das so macht, ja, voll, ja, das glaube ich auch, ich glaube, da müsste man gesellschaftlich wieder ein bisschen mehr hinkommen. Ja, ich glaube, das, also das kannst du jetzt, also, äh, ich habe ja jetzt noch, noch kein Kind, äh, besser beurteilen, dass es aber halt wahrscheinlich auch dieser spannende, Punkt in Erziehung ist halt, dem Kind zuzutrauen, auch halt irgendwie Entscheidungen für sich zu treffen, und auch halt mal Fehler machen zu dürfen, so, auch wenn man halt sieht, so, boah, ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee, aber halt, ja, klar, es geht jetzt nicht um Sachen, die halt irgendwie lebensgefährlich sind, aber wenn man weiß, okay, das kann jetzt ein bisschen unangenehm werden, ja, okay, aber vielleicht brauchst du halt die Erfahrung, ähm, Absolut, um halt zu wissen, wie es ist, ne? Kann ich absolut unterschreiben, wir sind da auch, also, wir sind da relativ entspannt, ähm, wo wir halt dann, sag ich mal, es ist, wie du schon sagst, wenn es irgendwie, in Anführungsstrichen, lebensgefährlich wird, weil wir halt für die Gesundheit sind natürlich wir verantwortlich, weil das schafft ein sechsjähriges oder kleines Kind einfach nicht einzuschätzen, aber, ähm, alles andere ist eigentlich ein Kind auch, in meiner und unserer Ansicht, ein vollwertiges Mitglied der Familie, und hat genauso Bedürfnisse, und hat genauso Rechte, ja, das ist nicht so, du bist jetzt das Kind, du hast dir nichts zu melden, sondern du bist komplett voll integriert, ja, ähm, und so soll es unserer Meinung auch sein, weil das ist absolut wichtig, ja, und so wachsen die Kinder auch, so entwickeln sie Selbstbewusstsein, ähm, was, glaube ich, in der heutigen Zeit und in der zukünftigen Zeit unfassbar wichtig ist, dass Kinder selbstbewusst aufwachsen, und auch in einem sicheren Umfeld. und auch, ich glaube, dass halt wichtig ist, dass oft Kinder, die sich selbst nicht zutrauen, dass es halt dann auch von den Eltern, äh, kommt, also, dass die dem Kind halt wenig zutrauen, ähm, das ist halt auch Spannendes, also, ich glaube, Kinder sind eh immer der beste Spiegel für einen selbst, ähm, und dass man da halt dann auch, ähm, äh, merkt, oder sich zurückzieht und denkt, okay, also, hat das Kind jetzt wirklich Angst oder ist es meine Angst, so? Und das merken Kinder. Ja, also Kinder, ja, also Kinder merken, wenn du, sag ich mal, ich sag jetzt mal nicht Kinder, sondern, ich weiß es, bei uns ist es so, wenn wir auch nicht in der Mitte sind oder so, dann spürt es einer. Ja. Was, was aber okay ist, weil dann kann man sich erstmal denken, okay, vielleicht bin ich gerade der Ausleser für das, was gerade ist, ja, und gar nicht immer, immer nur das Kind, nur weil es halt irgendwie kleiner und jünger ist, äh, ähm, und da lernt man sehr, sehr viel auch selbst dazu, da ist es, glaube ich, aber auch wichtig, und das können wahrscheinlich nicht alle, dass man auch sehr selbstreflektiert ist, ja, weil wenn man, wenn man das auch, wenn man das nicht kann, dann tut man sich natürlich auch schwer, das dann an sich selbst irgendwie zu sehen, aber das ist, ja, sehr spannendes Thema, ich glaube, bei Kindererziehung, es ist, ja, auch Thema Vergleichen und so, es ist, es wird viel zu viel verglichen, es ist, also, kriegen wir auch extrem mit, ja, also, es ist, ja, finde ich absolut uncool, weil jedes Kind anders ist, das eine kann halt früher schreiben, das andere kann halt später schreiben. Und das ist aber halt kein Gut oder Schlecht so, also, das ist vielleicht auch spannend, äh, 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 oder die ganz viel, noch Babys haben, zum Beispiel, ich habe auch, ich bin jetzt mit 16 Monaten gelaufen, was, glaube ich, relativ, äh, spät ist so, und, aber immerhin, ich meine, bin ich jetzt Profiläumerin, also so, das ist doch kein Gut oder Schlecht, und halt auch, genau, wie viel jemand, reden kann am Anfang, äh, ja, das ist, dadurch, dass ich halt Zwilling bin und eine Zwillingschwester habe, bin ich halt von klein auf gewohnt, halt irgendwie verglichen zu werden, und ich glaube, das war halt auch eine super Schule, dass wir das halt dann auch, ähm, ja, nicht irgendwie als Angriff gesehen haben, oder halt natürlich, bei jeder, äh, äh, jeder Schularbeit, ähm, war das dann halt ein Vergleich, wir haben beide zusammen gelernt, und wer hat dann am Ende die bessere, die schlechtere Note, ähm, ähm, ja, aber das ist halt auch, ähm, ja, da darf man sich dann halt, also, ich erwische mich ja selbst manchmal, dass ich, äh, dann irgendwie was vergleiche und denke so, ja, was soll das jetzt, ähm, aber eben, was du sagst, da selbstreflektiert zu sein, und halt auch jedem den Raum schenken, den er braucht. Ja, und vor allem, wer sagt denn auch, was richtig und falsch ist, ja, also muss ein Kind immer still aufrecht am Essenstisch sitzen mit, sag ich mal, drei, vier Jahren, kann man jetzt hinterfragen, ja, ob das so sein muss, oder ob man seinem Kind einfach die Freiheit gibt, dass es eigentlich einfach auch mal bewegt beim Essenstisch, oder früher aufsteht, oder keine Ahnung, ähm, ja, auch Handykonsum und lauter solche Sachen, ja, es spielt ja alles mit rein, weil, und das, wo, war ja vorhin auch schon, das muss jeder, oder sag ich mal, jede, jede Familie, alle Eltern, so machen, wie es für sie passt, da gibt es eigentlich auch kein richtig und kein falsch, und man sollte auch nicht über andere urteilen, weil wenn es für die so cool ist, wie sie es machen, dann ist es fein, ja, wenn man selber einen anderen Weg geht, geht man selber einfach einen anderen Weg. Voll, und da vielleicht auch die Brücke, das, was ich halt jetzt auch im, halt, ähm, Leistungssport gemerkt habe, oder gelernt habe in den letzten Jahren, das Wichtigste ist, Dinge zu machen, weil man selbst sie machen möchte, weil, wenn es dann scheitert, das ist völlig in Ordnung, weil man das selbst machen wollte, ähm, aber das auch, ähm, wenn ich mit anderen Läufern rede, dass die dann mancher sagen, ja, so, eigentlich wollte ich gern das machen, aber ich glaube, für den Sponsor ist es besser, wenn ich das mache, ähm, ähm, äh, äh, dann, also, erwarte nicht, dass es dir jemand dankt, dass du den Weg gehst, den du eigentlich nicht machen wolltest, sondern ein anderer von dir erwartet hat, ähm, also deswegen immer auf das eigene Gefühl, auf das eigene Herz hören, weil wenn dann irgendwas nicht klappt, dann kommt man da super damit klar, aber wenn etwas nicht klappt, oder, oder es klappt, und auf einmal kriegt man aber nicht das, ähm, von der Person, von dem Sponsor, von dem Trainer, von dem Verein, was man halt eigentlich gedacht hat, wenn man das macht, ähm, ja, dass es halt sich nicht in Abhängigkeit, ähm, ja, von außen halt irgendwie reinziehen lassen, sondern auf das Herz hören, und das machen, was sich für ein Selbstgut anfühlt. Ja, und man ist, genau, um man ist selbst in der Position zu entscheiden, das ist ja, wir sind ja in der glücklichen Situation, selbst zu entscheiden, ja, es gibt viele Menschen auf der Welt, die nicht selbst entscheiden können, aber wir können selbst entscheiden, und wenn uns was nicht taugt, dann müssen wir es ja nicht machen, ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, das waren jetzt so schöne Worte, mir fällt, hast du noch irgendein Thema, was du besprechen möchtest? Ich habe jetzt auf meiner Liste zumindest kein Thema mehr, aber, na, ich fand's, äh, äh, also, ich würde sagen, eine runde, wilde Fahrt durch viele Themen, und, aber irgendwie trotzdem, was halt zeigt, dass ja immer wieder so, äh, Überschneidungspunkte, äh, kam, und halt auch, wie das Leben an sich halt irgendwie zusammenhängt, dass halt das, was man im Sport erfährt und lernt, dass sich das halt auf jeder andere Lebensbereich auch übertragen lässt, und so, wie man halt, ähm, mit sich selbst und den anderen Sportlern umgeht, so sollte man halt auch mit sich selbst und anderen Menschen im Umfeld umgehen, ähm, 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 und irgendwie halt, äh, äh, cool zu sehen, wie das halt alles so ineinander geht. Ja. Kann ich nur zustimmen. Und dem her, Anna, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen jetzt dann nochmal die Brotzeit auf und spazieren nachher wieder gemütlich runter. wirklich cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, wir drücken dir die Daumen, dass alles so gut weiterläuft, wie es läuft. und wir werden da auf dem Laufenden bleiben, denke ich mal. Ja, danke, dass ich hier in dieser cool Location Gast sein durfte. Super gerne. Dann vielen lieben Dank und auch euch zu Hause, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ähm, abonnieren, folgen, liken, der ganze Spaß, genau, muss man immer am Schluss noch raushauen, habe ich irgendwo in einem, in einem, in einem, ganz wichtig, irgendwo habe ich das gelesen, dass man das machen soll. Genau, dann vielen, vielen Dank, Anna. Bis zum nächsten Mal. Ciao.